Hi, ich bin's Vincent und viele haben mich gefragt, ey Vincent, was benutzt du so, um deine Musik zu machen? Und ich wollte das Geheimnis mal ein bisschen lüften und hab dann so ein kleines Präsentationsvideo gemacht. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß damit! Fangen wir an mit meiner Pacifica von Yamaha. Das ist mein Buzz Limited Edition von Mosefax. Und das ist eine andere Gitarre für den Rock Sound speziell. Mein altes Master Keyboard, mein etwas neueres Master Keyboard, was ich für so Elektro-Sachen benutze und mein MPD-18. Kommen wir nun zu meinem SL-999 Pro. Es spielt sich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also für meinen Geschmack, ja. Und das ist das Mic, wo ich gerade reinspreche. Das Perception 120 von AKG. Hier haben wir das Perception 170, auch von AKG, um so meine Akustik-Sachen aufzunehmen. Das ist das geilste Teil überhaupt, was ich mir jetzt gerade geleistet habe. Das Ableton Push. Oh mein Gott, ist das geil! Sorry, ich meinte Focusrite Sapphire Pro 24 DSP, mein Audio-Unterface. Und da ich ja fast taub bin, habe ich mir diese Studiomonitore geholt von Yamaha. Dieses HS80 schon doch wieder 3. Ja, ja, komm, ist gut. Kommen wir nun zum Herzstück. Mein Rechner. Ich habe einen Intel i7 Prozessor mit 3 GHz, einen Arbeitsspeicher von 16 GB DDR3 RAM, 250 und eine 500 GB SSD-Platte, plus zwei normale Festplatten, die insgesamt 1,5 TB dazuergeben. Das Ganze läuft auf Windows 7 64 Bit und was ihr gerade seht, ist Ableton Live, die Standard-Edition. Kommen wir zu Sounds. Yeah! Silent One, mein Lieblings-Synth. Also der ist richtig geil. Und Synth One, der natürlich in meinen Augen mehr so für die Retro-Sachen gut geeignet ist, aber ja, auch für moderne Sachen. Und dann haben wir massive dieses Sound. Und dann haben wir Contact, diesen traumhaften Sampler, mit dem mache ich natürlich hauptsächlich meine Filmscores. Ein Traum. Und natürlich darf ich auch nicht vergessen meine riesige Samplesammlung, die ich entweder recordet, gecuttet oder gekauft habe. Äh, ja, das war es eigentlich auch schon. Hi, und da bin ich wieder und ich hoffe, ich konnte euch etwas Licht ins Dunkel bringen, wie ich so Musik mache oder mit was ich Musik mache. Und ja, ähm, lasst es mich wissen, was ihr davon haltet. Natürlich ist es wahrscheinlich mein PC-Schrott oder sowas und ich könnte mir einen neuen holen oder sowas. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ciao! Ciao!